Ah! Ja, warum? Na, was denn jetzt los? Ja! Na, was denn jetzt los? Ja, guck mal! Ja, guck mal! Ja! Ja! Na, guck mal! Hm? Na, was denn jetzt los? Wo ist das Licht? Wo ist die Oma? Hm? Na, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hm? Sag mal! Ja! Äh, ja! Ja, du musst fein erzählen! Hm? Du siehst so fein! Sag mal, ich bin so froh, dass wir wieder zu Hause sind! Hier kenne ich mein Zimmer, und meine Lieblingsdecke, und mein Froschlicht, und mein Luftballon! Hm? Gucke mal den Luftballon! Wo ist der Luftballon? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hm? Wo ist der Luftballon? Ja? Ja, siehst du denn? Ja, siehst du denn? Ja, kriegen doch! Kriegen doch! Hm? Ja? Wo ist er? Wo ist der Ballon? Oh! Oh! Da ist er! Da ist er! Siehst du schon ganz fein, ne? Siehst du das Häschen? Den Esel? Hm? Und den Frosch? Ja? Siehst du schon ganz fein, ne? Hm? Du weißt genau, wo du bist! Hm? Ja, ich bin wieder zu Hause! Ich bin zu Hause! In meinem Zimmer! Hm? Ja? Ja? Ja, war schön im Urlaub! Nee, aber zu Hause ist doch am schönsten! Hm? War schön, denn da bin mein Betreuer! Hm? Ja, war schön im Urlaub! Ja, war schön im Urlaub!